Der Ausrüstungsschrank Der Ausrüstungsschrank ist gut gegen Leute gesichert, die das Zeug brauchen könnten. Der Ausrüstungsschrank ist gut gegen Leute gesichert, die das Zeug brauchen könnte. Der Ausrüstungsschrank ist gut gegen Leute gesichert, die das Zeug brauchen könnte. Ich lasse Simons Apparat besser eingesteckt. Bitte hinterlassen Sie nach dem Signalton Ihre Mitteilung. Wir rufen umgehend zurück. Ja, hallo? Ich bitte um baldigen Rückruf. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ja bitte? Escort Service? Nein, ich habe niemanden angerufen. Simon ist abgelenkt. Ich kann den Prüfer problemlos einstecken. Was liegen hier eigentlich für seltsame Pfeile herum? Die sollte ich auch gleich mit einstecken. Das wird niemand vermissen, denke ich. Sicher glaube ich Ihnen, dass Ihre Damen auch ganz besonders höflich sein können. Aber das ist für mich noch lange kein Grund, was ich beruflich mache. Na, ich bin bei der Polizei. Ich... Hallo? Aufgelegt. Seltsam. 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 Verwählt? Ja, scheint so. Aber die Lady hörte überhaupt nicht mehr auf zu quatschen. Warum hat es denn so lange gedauert, ihr klarzumachen, dass sie falsch verbunden war? Ich, äh, ach, wechseln wir das Thema. Hi, was gibt es Neues, Jake? Könnte ich bitte meine Taygun wiederhaben? Sie scheint ja noch zu funktionieren. Ja, das Ding war völlig intakt. Wohl ein Fall von spontaner Selbstheilung. Ernsthaft? Da habe ich ja Glück gehabt. Bis dann, Simon. Bis dann, Simon.